Guten Morgen am 20. Dezember. Hier mal ein Blick auf alle Ersatzteile, die es bisher so gab in den ganzen letzten 19 Tagen. Und ich würde vorschlagen, wir machen auch direkt das 20. Türchen auf. Und schmeißen aber die Hälfte um und heute gibt es Geschenke. Und die baue ich jetzt erstmal auf. So, da es keinen Weihnachtsbaum, noch keinen Weihnachtsbaum gibt zumindest, habe ich die jetzt erstmal hier unter den gelegt. Es gibt einfach zwei ganz simple Geschenke. Das eine könnte von einem großen schwedischen Möbelhaus sein. Oder generell aus dem Land Schweden, von den Farben her. Und das andere, ja, ich finde das sieht ziemlich weihnachtlich aus. Passt auch irgendwie so ein bisschen zu dem Rot-Grün da drüben. Ja, könnte ein Hinweis darauf sein, dass bald der Weihnachtsbaum vielleicht noch kommt oder auch der Weihnachtsmann. Sind wir mal gespannt. Und noch einen schönen Tag.